so da wären wir auch schon wieder und können hier noch mal drei vier häuser und eine hauptstraße absuchen und das ist die hauptstraße sein nein das sind die die häuser in den erstmal die hauptstraße die hauptstraße ist dann hier wenn wir die häuser alle abgesucht haben und die nachricht überbracht haben und das heilsband bewegen wir uns in einen anderen realm erstmal wie gesagt und dann nur dann werden wir uns den aufgaben den letzten hier widmen greetings i wish to fight against shao khan's forces but i am not a train soldier of the edenian guard it would aid me greatly if you would take this sword to queen sindell for her blessing i will pay you what money i can ok hätte eigentlich gedacht dass ich dass ich jetzt bin ich gerade bei einer aufgabe und steige gar nicht mehr durch the list of parts to repair sector yes take this ja das müssen wir übergeben edenian sword queen sindell dead man's necklace ist für den sohn lockpick tools ok wissen wir auch map to the cave take this map to tanya it shows a suitable location for a trap ok das habe ich schön vergessen in outward war das glaube ich das brauchen wir nicht weil wir die aufgabe anders gelöst haben und ohne die da braucht mir ja drei von das die aufgabe mache ich nicht die geht mir nicht auf den sack die frage ist jetzt was war die aufgabe die wir für die wir für tja ich weiß es nicht mehr was war die aufgabe die wir für die dings machen sollten ist die große frage so so ein moment habt ihr das habt ihr es noch im kopf was ashrach von uns weiter alles nicht so einfach ne lustige sache anbei bei mortal kombat ähm conquest world school also ist der alle drei conquest in den ähm letztendlich zwei spielen deadly alliance deception und come again sind einzigartig da wiederholt sich nichts aber die anderen sind wesentlich langweiliger weil sie viel gradliniger sind im ersten also in deadly alliance das finde ich besser als das hier ähm äh nein ich finde das hier am besten mit einem unglaublichen vorstellung ist das beste mit das beste mit dem komment spiel ähm in deadly alliance finde ich den conquest mode am zweitbesten und in armageddon am drittbesten weil ähm sehr gescriptet sehr schnell total geradeaus total äh packe peta mäßig ja we have heard much about halt die scheiße ich will jetzt ich hätte gerne was von diesem dämlichen kuchen von dem die alle ähm so schwärmen jetzt gerade so sind wir jetzt hier an der richtigen stelle nein die sind wir da und jetzt müssen wir noch da rüber rennen zu hau hässlicher stück you are the one known as shu jing ko greetings i am su hao i am an assassin and have been searching for someone in need of my talents find me employment and i will pay you a finders fee employment was i don't know nobody knows zwei häuser nehmen wir mit die die schnurz General Reiko Halt die Schnauze So, jetzt müssen wir da Ja, da wird die anderen neu sammeln Wow Aber ich komme in die Ich habe noch nie gesehen, dass das Vieh Das sind auch nur Fotos, ne? Okay Was habe ich denn jetzt gerade? Ich weiß nicht, wo ich jetzt gerade war Bei was für einem Haus Aber So Und eine gelbe Münch Okay Egal Alles klar Jetzt wären wir wieder da, wo es zu Luke Hain geht Nicht schlimm Denn Jetzt Können wir Zu dem alten Mann und das Halsband hinbringen Und was er gerne haben möchte Hm Can I help you or something? Eine Aufgabe, die fehlt mir hier Die vermisse ich Ich habe kein Keine Ahnung, wo die ist Ich habe auch keinen Bock, die euch so wirklich zu erzählen Ich will ja ein bisschen spoilern Aber irgendwo muss ich sie ja doch erzählen Weil wenn ich sie gar nicht finde, dann Mir soll scheißen, wenn er sie nicht wisst Richtig? Also normalerweise läuft irgendwo hier Der gute Oh Stopp, Infidel Ich bin Rain Faithful Servant of Shao Kahn Ich search for a suitable place From which to plan covert attacks On the Edenian Freedom Fighters You will find me a cave Or I will destroy you Go now I will await your return Ja Genau Mr. Ninja Man Ninja Nummer 5798 Yay Wo war diese Nische? Die war hier irgendwo, ne? Ich glaube schon Sehr verborgen So genau Ziemlich schön einfach Rain Rain searches for a hiding place, does he? I am Jade Leader of Edenia's Freedom Fighters We have been searching for the Outworld Ninja Rain But he had eluded us Until now Tell him about this cave We will ambush him when he arrives Good? So Ich habe keine Ahnung mehr When he arrives Ah ja genau Jetzt müssen wir wieder zu ihm hin Oh ja Das ist halt ein bisschen Ein bisschen nervig Der war hier irgendwo rumgekrochen, ne? Ja, da ist er Ja, da ist ein Mixer You have found a cave to the east? Excellent I will go there at once As payment for your assistance I will spare your life Ha! Piece of shit Queen Sindel Ja, bla 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 Und ich weiß auch noch Dass es eine Aufgabe mit dem Kuchen gab Um ganz ehrlich zu sein Aber Ich habe keine Ahnung wo Ich finde die Frau irgendwie nicht Ah, guck an Da ist er doch schon Für einen Ninja Er ist nicht sehr schrecklich Ich habe ihn gehört, als er erinnert Und ihn verratete Bevor er wusste, was passiert Edenia wird eure Unterstützung Geh diese Koffe mit unseren Danken Ja, super Dann können wir wieder zurück zum Weg Und den alten Mann suchen Dessen Sohn verschollen ist Ah, he pucked das Mein Sohn's Necklace? Nein! Es ist so, was ich fehlte. Er ist tot. Ich danke dir, dass es mir zu bringen. Take these coins for your kindness. Ja, in Zeiten, wo es noch wichtiger war, ein Krieger zu sein als alles andere. Was wir jetzt finden müssen, wäre die andere Seite der Mappe. Freiheitskämpfer. Wo auch immer die sein sollen. Halbgerade. Ja, ihr wollt alle Kuchen. Ich finde aber die Person nicht, die mir den Kuchen gibt. Oh! Für wen? Ein Soldat von Shao Kans Militär? Hm. Geh diesen zu ihm. Er ist getötet. Okay. Gerade sage ich es noch. Gerade sage ich es noch. Wie cool. Pai. Ich rieche den Pai. Wow. Die haben nichts gekauft außer Kuchen fressen. Aber das ist nicht schlimm. Auch der war hier irgendwo in der Nähe, ne? Und wir suchen auch immer noch den Typen. Die Typen, die auf der anderen Seite der Mappe sind. Aber wir wissen, dass der Brückenmeister Die können gar nicht oft genug anrennen. Verdienen sie ja auch halt, ne? Die Typen, hatten wir schon. Wo sollen denn diese verfickten Freiheitskämpfer sein, ey? Für den Beibern ist es keiner. Sind ja, müsste die in der Rüstung sein. Ah, hier ist unsere nächste Aufgabe. Das ist der Kuchenfreund. 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 Ja. Das ist der Kuchenfreund. Ein kurter Mann. und da hat er also wir haben bis auf grau wirklich eine menge ja okay dann habe ich eventuell gerade die sprechblase weggedrückt die wir noch nicht hatten ach hier war kobra genau okay also laufen wir noch mal durchs kloster aber hier sind ja auch nur die die penner von schau khan im prinzip und wir brauchen ja freiheitskämpfer und wobei sie finden soll ich ja keine ahnung weil die andere seite der karte war das vielleicht in dem kloster wo lukeng war kann das sein soll wir das noch mal kurz gucken ja komm wir laufen mal kurz hin in unserem affenzahn tempo hier von chujinko aber ich glaube da war nur lukeng hier war auch wieder nur die soldaten von von preparing pizza such a brilliant wife thank you so oh oh see and then you will know what a good coupon i choose what is right ja pizza meine lieblingsspeise eine von denen so jetzt habe ich aber nicht aufgepasst ach genau ich muss hier einfach nur noch schräg oben dem weg folgen und dann geht es aber wirklich an die aufgaben ich traue gerade dem tempel hierzu dass es da normal also freiheitsleute gibt das ist für kasper earthrealm is our greatest ally if not for the warrior lu kang we would never have freed any of them outworld best are you shu chinko the champion of the elder ja bin ich der hat noch schnell lange aber die muss ich eigentlich gar nicht mal an anladen aber hier ist auch schon wieder nur outworld soldat und tanzen hier alle watch out shau khan's militia are everywhere ja are you insane i am not the enemy shau khan is ja und kein feind weshalb ich so behindert hier um tanzen ok dann habe ich mich auch hier geirrt gibt es auch keine freiheitskämpfer jetzt unternehmen das der seite der mapo wobei ich gar nicht dazu hin sollten das heißt jetzt geht es erstmal in einen anderen realm ich versuche jetzt in einen anderen realm zu kommen besser gesagt ja ok jawoll oder 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 es ist wir haben ein unizahn wir haben die mappe die wir zum chaos werden bringen sollen wir haben die teile liste für sektor ja das müssen wir dort machen das müssen wir später noch machen da haben wir gar keine ahnung das brauchen wir nicht das ist vertan ja in outward glaube ich das brauchen wir nicht haben wir gesagt hatten so noch aufgaben sollten wir noch mal die sachen für orderian ok orderian das erde das ist nether order so Oh!